In dieser Episode schauen wir uns an, wie sogenannte Superfoods Deiner Gesundheit unterstützen und beim Abnehmen helfen können. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, Superfoods sind in aller Munde und aus der modernen Ernährung nicht mehr wegzudenken. Sie werden ja als wahre Nährstoffbomben angepriesen, die zur Gesundheit beitragen und nicht zuletzt deshalb natürlich auch beim Abnehmen helfen können. Denn ein Körper, der ausreichend mit Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und gesunden Fetten versorgt wird, lässt die Funde viel leichter purzeln als ein Körper, der im Mangel lebt. Doch was sind Superfoods denn jetzt eigentlich ganz genau? Schauen wir uns das mal etwas näher an. Superfoods sind natürliche Lebensmittel, die aufgrund ihres hohen Nährstoffgehalts als besonders gesundheitsfördernd gelten. Der Begriff Superfood ist zwar kein wissenschaftlich definierter Begriff, hat sich aber in der modernen Ernährung als Bezeichnung für Lebensmittel etabliert, die besonders reich an wertvollen Mikronährstoffen, Antioxidantien und gesunden Fetten sind. Diese Lebensmittel sollen also nicht nur die allgemeine Gesundheit fördern, sondern auch bestimmte Körperfunktionen wie den Stoffwechsel unterstützen, was sie für viele Frauen attraktiv macht, insbesondere für diejenigen, die abnehmen oder sich insgesamt gesünder ernähren möchten. Einige Superfoods wie Kurkuma, Ingwer, Zimt, Chili, Grünkohl oder Heidelbeeren sind dafür bekannt, das Immunsystem zu stärken oder Entzündungshemmend zu wirken. Andere wie KIA oder Leinsamen sind reich an essentiellen Fettsäuren. Es gibt aber auch Superfoods, die explizit helfen können, den Stoffwechsel anzukurbeln und damit das Abnehmen zu unterstützen. Und darauf gehe ich natürlich später noch ein. Superfoods bieten unserem Körper also viele Vorteile, die über das bloße Abnehmen hinausgehen. Es ist aber auch wichtig zu betonen, dass sie keine Wundermittel sind, aber in Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung und regelmäßiger Bewegung können sie einen guten Beitrag zu einem gesunden Lebensstil leisten. Was mir an dieser Stelle auch noch wichtig ist, und ich werde im Laufe der Episode auch immer wieder darauf eingehen, zu vielen der eher exotischen Superfoods gibt es meist auch eine heimische Alternative, die nicht nur preiswerter, sondern auch ökologisch wertvoller ist. Der Vollständigkeit halber werde ich aber auch auf die Superfoods aus fernen Ländern eingehen. Okay, wie sollen denn diese gesunden Nährstoffbomben beim Abnehmen helfen? Es geht zum einen um die Nährstoffdichte und den Sättigungseffekt. Viele Superfoods enthalten eine hohe Konzentration an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, Antioxidantien und gleichzeitig wenig Zucker. Und das ermöglicht eine optimale Nährstoffversorgung, ohne große Zuckermengen aufnehmen zu müssen. Gleichzeitig sorgen die in einigen Superfoods enthaltenen Ballaststoffe für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl. Einige Superfoods wie grüner Tee oder Chili stehen im Ruf, den Stoffwechsel anzuregen, was natürlich das Abnehmen dann auch wieder unterstützt. Ich habe mir übrigens die Studienlage zu den einzelnen, vor allem exotischen Superfoods angesehen. Du findest sie im Beitrag zu dieser Episode. Dann enthalten einige Superfoods Inhaltsstoffe, die die Fettverbrennung fördern können. So sollen zum Beispiel Chili, Peperoni, Pfeffer, Cayenne-Pfeffer durch den Inhaltsstoff Capsaicin, die Thermogenese anregen, wodurch der Körper mehr Energie in Form von Wärme verbraucht und so den Stoffwechsel anregt. Und einige der Superfoods, die wir hier in dieser Episode besprechen, stabilisieren den Blutzuckerspiegel und helfen so natürlich dabei, die Fettverbrennung nicht ständig zu unterbrechen und Heißhungerattacken vorzubeugen. Denn ein Blutzuckerspiegel, der Achterband fährt, der führt halt dazu, dass die Fettverbrennung ständig ausgenockt wird und du ständig Hunger hast oder sogar Heißhungerattacken hast. Es gibt bereits einen ausführlichen Blogartikel zu diesem Thema, den ich dir im Beitrag zu dieser Episode verlinken werde. So, wir helfen Superfoods noch beim Abnehmen durch die Unterstützung der Verdauung. Eine gesunde Darmflora spielt eine wesentliche Rolle beim Abnehmen. Superfoods, wie zum Beispiel fermentierte Lebensmittel, auf die ich gleich noch eingehen werde, unterstützen die Verdauung und fördern die sogenannten Schlankbakterien. Um die es in dieser Podcastshow und auch auf meinem Blog auch schon ging. Schlankbakterien können den Stoffwechsel positiv beeinflussen und so helfen, überschüssige Pfunde loszuwerden. Meine Blogartikel, wie Darmbakterien beim Abnehmen helfen, verlinke ich dir auch im Beitrag zu dieser Episode. Okay, lass uns starten mit den Superfoods zum Abnehmen. Und ich möchte mit den Kiya-Samen anfangen. Man nennt sie auch die Alleskönner unter den Superfoods. Kiya-Samen sind tatsächlich sehr vielseitig. Das Superfood hilft beim Abnehmen, indem es durch seine Ballaststoffe eine langanhaltende Sättigung erzeugt. Kiya-Samen Quellen im Magen auf und können bis zum Zwölffachen ihres Eingewichts an Wasser aufnehmen, sodass du dich angenehm satt fühlst. Eine Studie zeigt, dass Kiya-Samen den Blutzuckerspiegel stabilisieren und so Heißhungerattacken vorbeugen können. Ich gehe, wie gesagt, auch noch auf die heimischen Superfoods ein. Tatsächlich können wir einige der exotischen Superfoods ganz leicht durch Power-Nahrung aus Deutschland oder zumindest aus Europa ersetzen. Weiter geht's mit den Goji-Beeren. G-O-J-I geschrieben. Goji-Beeren. Und sie sollen sehr beim Regenerieren helfen und das hilft dann wieder beim Abnehmen. Sie sind reich an Antioxidantien, unterstützen so das Immunsystem und damit die Regeneration des Körpers. Die kleinen roten Beeren enthalten sehr viele Nährstoffe, darunter eine Menge Vitamin C zum Beispiel, das natürlich das Immunsystem stärkt. Und ja, jegliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen hilft, zum Beispiel chronisch niedriggradige Entzündungen zu bessern. Und eine entzündungshemmende Ernährung fördert die Fettverbrennung. Dann kommen wir zum grünen Tee, den man den Stoffwechsel-Turbo nennt. Darüber habe ich tatsächlich sehr viele Studien gefunden und eine sehr spannende, natürlich auch im Beitrag zu dieser Episode verlinkt. Grüner Tee gilt schon seit einiger Zeit als Schlankheitsgetränk. Das liegt vor allem an den enthaltenen Katechinen, die die Thermogenese im Körper anregen. Unter Thermogenese versteht man ja, wie gerade schon angedeutet, die Erzeugung von Wärme im Körper, die den Stoffwechsel anregt. Und Studien haben gezeigt, dass der Konsum von grünem Tee die Gewichtsaufnahme durch eine erhöhte Fettverbrennung unterstützt. Ich denke bei solchen Studien und Aussagen von Wissenschaftlern ganz oft, und wenn nur die Hälfte stimmt, grüner Tee ist ja sowieso gesund, also man kann ja gar nichts damit falsch machen. Und wenn es dann auch noch beim Abnehmen helfen kann, dann ja, her damit. Beim grünen Tee kann ich dir noch den Tipp geben, trinke ihn nicht nach 14 Uhr, wenn du schlafempfindlich bist. Wenn du also schlecht ein- oder durchschläfst, weil Teein genauso wie Koffein den Biorhythmus nach hinten verschiebt, das heißt, es verscheucht Melatonin, was dadurch kommt, dass Koffein und Teein eine sehr lange Halbwertszeit haben. Das heißt, bis Koffein oder Teein abgebaut sind, vergehen acht Stunden und du hast es quasi noch im Organismus, wenn du schon längst schlafen möchtest. Ich habe mal den Fehler gemacht und grünen Tee noch nachmittags getrunken aus Versehen. Ich wusste nicht, dass es grüner Tee ist und ich war die ganze Nacht wach. Ich habe nicht eine Minute geschlafen. Okay, kommen wir zu meinen Lieblings-Superfoods, den entzündungshemmendsten Gewürzen der Welt, Chili, Ingwer, Kurkuma und Zimt. Pfeffer gehört eigentlich auch noch dazu, aber Pfeffer haben wir ja schon erwähnt. Sie gehören deshalb zu den entzündungshemmendsten Gewürzen, weil sie bioaktive Verbindungen enthalten, die Entzündungen im Körper reduzieren können. Chili enthält Capsaicin, das haben wir gerade auch schon kurz erwähnt, das entzündungshemmend wirken und den Stoffwechsel anregen kann. Ingwer enthält Gingerol, das die Produktion entzündungsfördernder Stoffe hemmen kann. Kurkuma ist reich an Kurkumin, einem starken Antioxidant, das Entzündungen bekämpfen kann. Zimt enthält Zimtaldehyd, das entzündliche Prozesse unterdrücken kann und gerade chronisch niedriggradige Entzündungen, die oft unbemerkt verlaufen, begünstigen tatsächlich eine Insulinresistenz und damit auch Fetteinlagerungen, die das Abnehmen natürlich erschweren. Und eine Ernährung, die diese Gewürze enthält, kann helfen, Entzündungen zu lindern und das Abnehmen zu unterstützen. Mein Tipp an dieser Stelle, verwende die Gewürze, die du magst, immer dann, wenn sie zu deiner Mahlzeit passen, täglich am besten. Zum Beispiel Chili in der Soße, Ingwer und Kurkuma im Smoothie, Zimt im Quark mit Früchten. Und wenn du dein Immunsystem stärken und noch mehr über diese tollen Gewürze erfahren möchtest, empfehle ich dir die Podcast-Episode Fanta 4, Alleskönner in deiner Küche, die ich dir natürlich auch im Beitrag zu dieser Episode verlinken werde. Kommen wir zu den fermentierten Produkten wie Kimchi oder Sauerkraut, die viele Millionen gute Bakterien enthalten. Und wenn du sie regelmäßig verzehrst, siedeln die sich sehr schön in deinem Darm an. Mein Tipp ist, zwei bis drei Gabeln Kimchi oder Sauerkraut auf nüchternen Magen vor deiner ersten Mahlzeit. So kommen sie auch noch gut im Darm an, können sich dort ansiedeln und helfen dir, eine super gesunde und starke Darmflora aufzubauen. Denk dran, 70 bis 80 Prozent unseres Immunsystems wohnt im Darm und ist dein Darm gesund, ist der Mensch gesund, ist kein Spruch, sondern absolut wahr. Okay, wie integrierst du die Superfoods jetzt in deine Ernährung? Es gibt da die Möglichkeit, dass du dir zum Beispiel einen Smoothie zauberst. Smoothies sind meiner Meinung nach die einfachste Möglichkeit, Superfoods in deine tägliche Ernährung zu integrieren. Du kannst sie mit Kia oder Leinsamen, Gouillet oder Heidelbeeren anreichern, um sie noch nahrhafter zu machen. Dann achte gerne darauf, dass du nicht zu viele zuckerhaltige Früchte reinpackst in deinen Smoothie, denn das kann ihn schnell in eine Zuckerbombe verwandeln. Vor allem Früchte wie Bananen oder Mangos enthalten sehr viel Zucker, der den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen kann, damit die Fettverbrennung hemmt und Heißhunger auch auslösen kann später. Mehr dazu findest du auch in meinem Artikel Machtobstig, den ich dir auch im Beitrag zu dieser Episode verlinken werde. Eine weitere Möglichkeit sind Superfood Bowls. Also du kannst dir zum Beispiel eine Kombination aus rote Beete, rohem Blumenkohlröschen, Avocado, Leinsamen und grünem Blattgemüse in einer Schüssel zurechtschnibbeln und hast damit eine sehr ausgewogene, ballaststoffreiche Mahlzeit schon beisammen. Und du kannst diese Zutaten dann noch nach Belieben variieren, zum Beispiel mit Zimt, Kurkuma oder Ingwer und hast so eine Schüssel voller Glück mit tollen Zutaten als Mahlzeit kreiert. Ja und natürlich geht auch immer ein nährstoffreicher Power-Salat. Salate sind natürlich eine weitere Möglichkeit, Superfoods zu verwenden. Du kannst deinen Salat auch mit Kier oder Leinsamen, Goujibeeren, Brummenbeeren aufpeppen und dir so eine nährstoffreiche Mahlzeit zusammenstellen. Mein Tipp, damit so ein Salat auch wirklich schön satt macht, nutze eine gute Portion Olivenöl und eine Eiweißquelle, die du noch drüber bröselst, zum Beispiel Feta-Käse oder Ei oder ein bisschen Geflügel, sodass du dann auch wirklich so richtig schön satt wirst. So kommen wir zu dem Thema, ob Superfoods immer exotisch sein müssen. Nein? Ich möchte dir noch ein paar heimische Superfoods als Alternative vorstellen und ich nenne sie dann gerne Superfoods, also auseinandergeschrieben, superkleingeschrieben, foodsgroßgeschrieben, Superfoods aus Deutschland oder zumindest aus Europa, zum Beispiel Leinsamen. Statt Kiasamen kannst du auch Leinsamen verwenden. Leinsamen ist die preiswertere und ökologisch sinnvollere Schwester der Kiasamen und ebenfalls eine hervorragende Quelle für Ballaststoffe. Wie gesagt, die Ballaststoffe fördern nicht nur die Verdauung, sondern stabilisieren auch den Blutzuckerspiegel und beugen so wieder Heißhungertacken vor. Und Studien konnten auch zeigen, dass der Verzehr von Leinsamen mit einem geringeren Körperfettanteil und einem stärkeren Sättigungsgefühl einhergeht. Dann, statt der Goji-Beeren können wir Heidelbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren verwenden. Ja, die heimischen Beeren sind auch sehr reich an Antioxidantien und Vitaminen, auch mit jeder Menge Vitamin C und auch noch mit Vitamin K versehen. Sie unterstützen nicht nur das Immunsystem, sondern helfen auch Heißhungertacken zu vermeiden. Ich möchte noch ein Wort einlegen für unseren Kohl. Grünkohl, Weißkohl, Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi. Ja, Kohl ist reich an Ballaststoffen, die die Verdauung fördern und für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl sorgen. Kohl ist reich an Vitamin C, Vitamin K und B-Vitaminen, sowie an Antioxidantien und sekundären Pflanzenstoffen, die entzündungshemmend wirken können und so wieder das Immunsystem stärken. Und auch hier sorgen Ballaststoffe wieder dafür, dass der Blutzuckerspiegel stabil bleibt, was ja grundsätzlich beim Abnehmen hilft. Und zum Schluss möchte ich noch auf Nüsse kommen. Walnüsse, Haselnüsse, Mandeln, Cashewnüsse. Nüsse sind eine ausgezeichnete Quelle für gesunde Fette, Proteine und Ballaststoffe. Sie sind reich an gesunden Fetten, Antioxidantien und Vitamin E zum Beispiel, aber auch noch weitere Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Und ihr hoher Eiweiß und Ballaststoffgehalt trägt ebenfalls zu einem lang anhaltenden Sättigungsgefühl bei. Und wenn wir satt sind, haben wir nicht das Bedürfnis, noch immer weiter zu essen und zu snacken und noch was zu essen und können einfach auch mal gut sein lassen und die Zeit bis zur nächsten Mahlzeit gesättigt überstehen. Ich möchte dir das noch so ein bisschen zusammenfassen, worauf ich ja schon ein paar Mal jetzt aufmerksam gemacht habe. Superfoods müssen nicht zwangsläufig aus exotischen Ländern kommen. Viele Superfoods kommen auch aus Deutschland und Europa und diese Power-Nahrung kann eine wertvolle Unterstützung beim Abnehmen sein, insbesondere aufgrund ihrer hohen Nährstoffdichte, ihrer Wirkung auf den Stoffwechsel, auf die Gesundheit und ihre verdauungsfördernden Eigenschaften. Sie können helfen, Heißhungerattacken vorzubeugen und deinen Körper mit den Vitaminen und Mineralstoffen zu versorgen, die er braucht, um optimal zu funktionieren. Alles in allem tun wir unserem Körper etwas Gutes, wenn wir ihn mit zum Teil essentiellen Mikronährstoffen versorgen, denn ein gut versorgter Körper gibt seine eisernen Reserven eher her als ein Körper, der im Mangel lebt. Superfoods allein sind natürlich keine Wundermittel. Es kommt nach wie vor auf eine ausgewogene Ernährung, die richtige Kombination von Lebensmitteln und eine dauerhafte Ernährungsumstellung an, um langfristig erfolgreich abzunehmen. Hinzu kommen Lifestyle-Faktoren, die du auf gar keinen Fall unterschätzen darfst. Vor allem mit zunehmendem Alter und in den Wechseljahren dürfen wir tief in die Kiste moderner, gesünder Abnehm-Tools greifen, um die lässigen Pfunde ein für alle mal loszuwerden. Und deshalb geht es ja in meinem ganzheitlichen Ist-dich-glücklich-Coaching-Programm nicht nur um das Thema Ernährung. Ich integriere ja drei weitere sehr wichtige Säulen in mein Programm, um dich auf deinem Abnehmweg zu unterstützen, nämlich Achtsamkeit und Selbstfürsorge, Biorhythmus und Hormonmalance und Bewegung. Und ja, aktuell läuft ja das Ist-dich-glücklich-Herbst-Camp. Ich bin gerade mit einer großartigen Gruppe toller, motivierter, wissbegieriger Frauen gestartet. Die gute Nachricht ist, falls du dich dafür interessierst, an diesem tollen Programm auch einmal teilzunehmen, kannst du dich jetzt schon auf die Warteliste für das nächste Ist-dich-glücklich-Gruppencoaching setzen lassen. Den Link dazu findest du hier in den Shownotes, auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir einen kleinen Überblick über unsere exotischen und heimischen Superfoods geben und dich motivieren, dich um eine frische, gesunde Ernährung zu kümmern und diese so oft wie möglich auf deinem Teller zu haben, um eben in die Gesundheit zu kommen, um die Funde purzeln zu lassen. Und ja, falls du hier noch mehr Inspiration brauchst, lade dir doch auch gerne meinen Ist-dich-glücklich-Einkaufsguide runter für 0 Euro. Du findest den Link auch hier in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de. Und ja, das war es jetzt für diese Episode. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, isst dich glücklich, deine Daniela. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.